Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap Part 14 So, wir haben hier aufgehört, wollen hier ja auch direkt weitermachen und ja der nächste Dungeon wird ein Sumpf-Dungeon sein also es wird recht klebrig werden und dafür brauchen wir jetzt erstmal die Pegasus Stiefel die wir uns von dem Schuhmacher holen müssen aber erstmal wenn ich jetzt hier durch Direktor Geheimgang durchgehen so, hier kann ich eine Bombe legen B comun so, ein Glücksfragment hier ist ein Haus, das ist das vom Dichter oh, mein Mauszeug ist noch ein Bild so, gut, ich bin Poemo, Dichter von Hyrule ich bin viel gereist und bla jetzt ist halt das Haus von ihm da versperrt, der Weg dazu und er will ein Gedicht über seine Trauer schreiben und er ist halt so ein Emo und so naja wir werden jetzt erstmal hier und so eine kleine Abkürzung bauen oh, warte jetzt werden wir uns eine kleine Abkürzung bauen die Dieden oh, Feen, 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 Feen was mich auch mal wieder interessieren würde, wäre, wo diese tollen, oh, was ist denn jetzt los ich kann mich nicht bewegen irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schluss ja, mittendrin irgendwo stehen, so ganz weit weg und plötzlich dran denken ha, ich hab den Herd noch angelassen ähm, ja das wieder unser toller Erzfeind Vati du bist du du bist Vati wie bist du hierher gelangt hi 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 und anstatt zu laufen muss er sich bewegen, er ist ja so cool und so so, jungen oh my god, ma hey, was soll das machen, was tust du du ha, ha, ha oh, plötzlich schwarzer Wildschirm, oh, was passiert jetzt es sind alle anwesend, der König von Hyrule wird nun zu uns sprechen ihr alle wisst von dem Forst, dass uns die Menschen übertragen haben ja genau, grenzlose Zauberkraft, Forst, auch goldes Lichtgarten, ich will das haben das muss hier irgendwo in Hyrule sein ich mache euch jetzt alle auf und ihr macht euch jetzt alle auf und sucht das Forst was, Forst, oh my god, trönet nicht lange rum, sucht das Forst, okay, okay, wir glauben schon und wer sich weigert, der kriegt halt dann einen, äh, auf den Kopf, so hm, ich hab so ein komisches Gefühl, hoffentlich geschieht nichts Schlimmes lass uns das Element suchen, der Kartesfolge sind wir ganz nah dran hey na, auch mal wieder tolle Nachrichten hören, ist auch schön ja, weil ich dachte erst, wir müssen zum Wassertempel, aber wir müssen jetzt nach Tabanta, wie es da schon steht und dafür brauchen wir halt die Pegasus-Stiefel ja, und hier ist halt das Haus von diesem, wow, von diesem Dichter und für den müssen wir dann halt jetzt die Pegasus-Stiefel holen und dann, um dann bei dem das, den Baumstamm, den abgeknickten Baum vor seinem Haus, äh, wegzumachen ja, und dafür brauchen wir dann halt ich hab neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht ja, und dafür brauchen wir halt die Pegasus-Stiefel und dann wollen wir doch mal dahin gehen denn ich muss schnell sein ich hab nicht viel Zeit 10 Minuten sind kurz und wir wollen schnell machen, aber wir wollen kein Speedo machen also machen wir das ganz schnell ja, wir müssen uns jetzt erstmal wieder nach Highway begeben damit wir den Schuhmacher aufsuchen na, was macht jetzt Terry hier Terry, was verkauft der denn? das will ich jetzt noch sehen oh, hallo, es ist stets eine Freude ich hab verschiedene Sorten Tyrup, du kannst sie in Flaschen mitnehmen äh, wir müssen mal eben kurz gucken, wie viel Zeit wir noch haben so, und weiter geht's sie bringen dir Glück, ja und ich kann euch mal später zeigen wie viel Glück die dann wirklich tatsächlich bringen und jetzt schläft er erstmal so ein, so oh, 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 oh mein Gott, ich bin eigentlich schlafen schläft auf jeden Fall ein und wir so ui, 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 ui lup bei uns, bei uns, bei uns und so, schon sind wir da als meinisch hätte gedacht, dass selbst Werkzeugeportale sein können die Minish sehen klein aus, aber sie haben viel Fantasie ja, total so, der hier von am Penn und die hier werden uns jetzt weiterhelfen ah, bist du vielleicht der LZBE? der Mensch für den Menschen das Schwert überarbeitet hat du bestreitest Abenteuer, um Zelda zu retten, nicht wahr? toll siehst du aus, ja, danke, du nicht ich würde auch gerne Abenteuer bestehen, aber ich habe aber ich muss Schlumm bei der Arbeit helfen du brauchst Pegasus Stiefel? das trifft sich gut wir haben gerade ein paar aber Schlumm muss aus den Schuhen den letzten Schliff geben ja, und dann müssen wir jetzt zu Hexe Sirup gehen und da den Pilz holen einen Wegpilz und der hier erstmal am Schlaf so, so oh, ja, ja komm, wir weg, nehmen deine Bombe auf nein, das geht natürlich nicht so, so, so so, so so, so, Bamm, Hand weg nein so was darf nicht gezeigt werden in solchen Kinderspielen das ist nicht erlaubt so, man hört ihn schon schnarchen das könnt ihr jetzt leider nicht hören, weil ich den Sound nicht richtig einstellen kann aber er schnarcht auf jeden Fall so, jetzt müssen wir meines Wissens müssen wir jetzt hier lang ich weiß es aber nicht hier ist meine Bombe legen ein Ei legen und ja denen hier müssen wir jetzt nämlich helfen die Tür ist zu und der Schlüssel ist weg es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus und wir wollen natürlich nicht lang zögern, wir wollen helfen denn wir sind ja so nett nette Menschen und jetzt müssen wir hier lang ah, ich muss noch eine Technik erlernen nämlich die Technik des Steinspaltens die können wir hier in Hyrule direkt beim Schwertmeister da erlernen bei Magnus das werde ich jetzt noch sehen ob ich das jetzt noch gleich im Jahr ich mache es glaube ich jetzt gleich noch in diesem Video oh, wahrhaftig der Schlüssel zu fahren keine Ahnung wie du hinbekommen hast aber egal, vielen Dank bitte sag uns deinen Namen, LCB guter Name wenn du zu mir, Lea, sie willst kannst du gerne durch unser Haus gehen ja, das soll auch mal was Schönes ja, ne schöne Tochter hat ja auch noch oh, trifft sie immer gut kann man aber schon so Beziehung knüpfen du bist erstmal weg so, jetzt werden wir erstmal zum Schwertmeister gehen ja, die verkauft jetzt auch die Milch von den Kühen von der London Farm oh, der will Fragment vor allem das wollen wir natürlich nicht oh, das kann ich sogar klingen so, jetzt kriegt nämlich der Hochzeitbetrieb des Briefstemplers sag ich jetzt mal kriegt jetzt erstmal schön einen neuen Helfer ja, ich will in Magnus bitten ein Buch zu schreiben damit wir stärker werden und die Ungeheuer besiegen können ja, und in diesem Buch stehen dann am Ende halt wenn man das kauft, so Techniken drin die man bei ihm jetzt nicht mehr erlernen kann aber danach halt nachlesen kann und da kann man dann halt neue, tolle Sachen erlernen ja, und wir machen dann jetzt erstmal einen kleinen Stadtrundgang jetzt gehen wir erstmal hier zu dem Typen du bist doch schwer, du bist doch geschickt irgendwo oh ja bist du willens zu trainieren? oh ja, Mann okay, trainier uns eine neue Fähigkeit den Steinspalter ja, hab ich natürlich verstanden Marionettentechnik, ja, wir wissen's lange Rede, kurzer Sinn man hat jetzt das Schwert, kann damit jetzt einfach in den man schlägt Krüge zu hauen wie man es eigentlich schon in Zelda in den früheren Teilen sofort konnte aber das muss ja hier auf eine sehr tolle Art gelernt werden du hast den Steinspalter erlernt ich lege jetzt noch erstmal eine Bombe hier rein so, und jetzt kann ich euch ja, die Zeit reicht sogar noch aus kann ich euch jetzt noch zeigen wofür diese mysteriösen Muscheln da sind die wir jetzt immer schön eifrig eingesammelt haben oh, ich hab jetzt noch ach, eine halbe Minute da ich euch das hier demonstrieren werde deshalb werden wir jetzt zu diesem schönen Hund hier gehen so, so, wuff, wuff oh, Entschuldigung, es ist, weil ich mach gleich Platz, sorry ja, der Brieftäger-Träger springt einfach rüber ist natürlich auch nicht schlecht roll, roll, roll dass diese Mütze dieser Ezello eigentlich bei dem ganzen Rollen gar nicht irgendwie übel wird oder so naja na, wir haben jetzt noch kurz Zeit in das Haus reinzugehen, was man mit dem Muscheln machen kann und damit ihr auch einen Ansporn habt, euch den nächsten Teil anzugucken, den nächsten Part werde ich dann jetzt, wenn ich in diesem Haus bin, nichts mehr machen sondern ihr müsst es euch in dem nächsten Part anschauen ja, ich bin fies, wa so, und was hier in diesem Haus verborgen ist das seht ihr im nächsten Part bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.